Wir freuen uns über Ihren Besuch bei Autos Wismann. Willkommen in diesem sofort lieferbaren Ford S-Max Titanium TDCI mit super Ausstattung. Ehemaliger Listenpreis über 38.000 Euro. Zu Ihrer Unterhaltung bietet dieser S-Max ein CD-Radio Sony MP3 mit Lenkradbedienung und Aux-Anschluss. Seine besondere Note erhält der Titanium im Außenbereich durch schicke 18 Zoll Leichtmetallfelgen. Und denken Sie auch an Ihre Winterräder. Wir haben immer super Angebote. Individual shiny, die neuen Rückleuchten mit LED, Edelstahlzieherleiste an der Heckklappe und das Chromdekor rundum. Und natürlich abgedunkelte Scheiben hinten. Im Innenraum gibt es das große Panoramadach aus Glas, den Bordcomputer Ford Converse mit großem Display. Drei verstellbare Einzelsitze hinten, das Multifunktions-Lederlenkrad und Sportsitze vorn. Bei uns können Sie auf die Inspektion warten und dabei Autos filmen wir gucken. Für Ihren älteren Gebrauchtwagen machen wir Ihnen einen super Entzahlungnahmepreis, auch telefonisch. Darüber hinaus verwendet dieser S-Max mit vier elektrischen Fensterhebern, elektrisch anklappbaren Außenspiegeln, eine heizbaren Frontscheibe mit Solarreflekt, der Tempomat, Parkpilot vorn und hinten, Xenon-Schallwerfer mit Schallwerferreinigungsanlage, die elektrische Parkbremse, das Reifendruckkontrollsystem und der Parkpilot vorn und hinten. Neuwagen, Gebrauchswagen und Service, da sind wir die Besten. Besuchen Sie uns auch samstags bis 17.30 Uhr. Besucht uns doch mal im Autos aus Wismar. Tschüss! Untertitelung des ZDF für funk, 2017